Lokomotiven, die ihrem Fahrer mitteilen, dass sie in die Werkstatt müssen. Oder auch Elektroroller, die in der Innenstadt je nach Bedarf angemietet werden. Ab heute besprechen Experten und Querdenker verschiedenste Aspekte der Mobilität von morgen. Bei den Future Mobility Days. Zwei Tage lang widmet sich das DB Museum in Nürnberg verschiedensten Zukunftssessionen. Initiiert wurden die Future Mobility Days von der Deutschen Bahn.